Ich gehe jetzt zu dem Tattoo-Laden, wo sich Heiko, Heiko Freak, sich Just for Andy tätowieren, hat tätowieren lassen. In einer tollkünen Aktion ließ ich Heiko Freak, ließ ich Just for Andy auf die Stirn tätowieren. Er hatte große Schmerzen, doch jetzt ist er ein Internet da, bei YouTube. Für 15 Minuten wird jeder einmal ein Star-Sat. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Heiko, Heiko Freak, hat sich Just for Andy tätowieren lassen. In einer tollkünen Aktion ließ ich Heiko Freak, ließ ich Just for Andy auf die Stirn tätowieren. Er hatte große Schmerzen, doch jetzt ist er ein Internetstar, bei YouTube. Für 15 Minuten wird jeder einmal ein Star sein.